Joho Leute da bin ich wieder um ihr fragt sich sicher warum ich sie jetzt auch mal hier kann ich es sagen die Aufnahme hat sich von alleine beendet beziehungsweise ich bin auf die Windows-Taste gekommen und deswegen muss ich jetzt einfach ganz normal den Block da halt wieder hochschieben wie es halt in der letzte Folge gemacht habe dieses Rätsel ist eigentlich ganz simpel wenn man jetzt mal nicht so gestalten kann ja oh mein Gott also nein so nein man kann auch so schieben im Falle man legt das nicht hin so man kann ja jetzt das Teil hier nehmen ja man kann es nehmen wenn ich jetzt das hier warte nein scheiße Mensch wir gehen müssen manchmal sind das nicht ich weiß ja ne einfach jetzt mal hier das bisschen noch da geht natürlich immer noch nicht so muss es gehen jetzt drauf da ja jetzt hält es das halt fest und wir können den Bucket drauf schieben ja und wenn wir jetzt den Hebel da betätigen kommt ein Seil runter genau da runter oh perfekt super und dann treten wir jetzt halt hoch ah ja stimmt da können wir wir müssen den Hebel jetzt schnell drücken und dann ein perfektes Timing haben genau so jo ja ich guck mir das manchmal an wenn ich nicht mehr weiter komme aber das war jetzt so eine Ausnahme weil es ist nicht so genau was er ob man das jetzt schieben kann oder nicht ja ok 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 ja ne also ähnlich ich würde es sagen ok hm 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 ah ja ich hab den Sound mal ein bisschen leiser gestellt ich kann schon ein bisschen leiser stellen in der letzten Aufnahme hat man nicht glaube ich fast nicht gehört halt nur den Sound bei mir ist es halt ein bisschen leiser äh ich glaube nicht leiser und und da kann ich auch nicht mehr weiß nicht und ja jetzt hab ich das Mikro ein bisschen näher herangetan und ich rede ein bisschen lauter und wir fh scheiße was war das jetzt ja es ist dunkel äh k Okay. Ich hab die Schausse. Ich hab die Schausse, okay? What the fuck? Was ist das? Hä? Lol. Ich seh gar nix. Ich seh nur diese kleinen hässlichen Augen. Die da ist. Ne. Scheiß Drecksmater. Oh. Was? Geht wieder zurück? Scheiße, ich seh gar nix. Hier ist die hässliche Mane und die hässlichen Augen. Sollen uns nicht weiterhin stören? Hier geht's wieder hoch. Das ist verarsch, ne? Ist das eine Falle? Wie soll ich das scheiß schäbige Teil töten? Ist das doch nicht gewollt, oder? Ist das eine Falle? Ah, ich bin tot. Ne, ich geh ein bisschen mal woanders hin, weil da war ja noch so'n Weg hoch. Vielleicht war das gerade nur wegen diesem Achievement Ach 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 Warte mal kurz oder? Warte, dann kann man das jetzt direkt hier machen. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Okay, was ist das? CTF. Okay. Wir waren da. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal da, weil da war eben noch so ein Weko. Das ist ja schnell. Aber jetzt ist es so schwer. Warte mal schnell. Nein! Ja, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht! Ey! Oh, verdammt! Alter! Ja, und hinten kommst du wieder raus oder was? Ach ja, und warum ich halt so viel Höchladen bin. Ich bin die nächsten drei, vier Tage weg. Deswegen bleibe ich jetzt schon mal dafür. Ich bin jetzt nicht dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt rum kommt. Und wenn? Tut mir auch leid. Aber, ähm... Ich muss sagen, weil ich privat ist, glaube ich, schon weg bin. Ich bin jetzt nicht so weg. Ich bin jetzt nicht so weg. Ey! Toll, ich schaffte mich das jetzt hier. Komm jetzt aber. Jetzt schaff ich es. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, ich schlade heute noch vielleicht zwei Folgen in mir hoch. Ja. Ich schaff das nicht. Ja. Ich schaff das nicht. Ja. 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 Ich bin jetzt hier oben dran und ich dachte dann. Toll. Super klasse. Okay, jetzt warten wir mal. Jetzt. Jetzt. Ich hab immer noch nicht hin, oder? Oh, ach, ach, ach. Oh. Komm hoch, Schell. Na wohl. So, da warst du schon, und hab's nicht in der Mitte. Weil da was es sein soll. Wir sind hier fliegen. So, da. Die Gitter rein. Hier gehst du jetzt mal hier hoch. Weil das ist doch unmachbar da. Das gibt's doch nicht. Na, ich geh einfach jetzt erstmal hier hoch. Okay. Das hier ist jetzt irgendwie wieder. Das hier keine Ahnung was ist. Okay, da oben ist ne Leiter. Da. Das muss ich jetzt zurücknehmen. Sie geht dann wieder hin. Vielleicht schlau sein. Ja. Wird erst geguckt, und dann. Hä. Habe ich mich einfach nicht bewegt. Okay, ja. Komm, was ist jetzt los? Lass uns. Bah. Okay. Bah, das bewegt sich noch. Geil. Okay. Weiter geht's. Äh. Ja. Zahnräder. Ach so, das war dann eben das Kapitel. Aber warum? Ich kann gar nicht mehr spielen. Okay. Das schaffen wir schon mal so nicht. Äh, was da? Ja. So, das ist ein Schalter. Gehen wir einfach mal hier lang. Nicht mehr hoch. Da hoch. Jawohl, klappt auch. Ja, und Frems hat sich anscheinend mal wieder beruhigt. Okay, was soll das jetzt? Ja, okay. Entschuldigung. Gar nichts mehr. So. Okay. So, ich glaube vielleicht nicht. Ich verstehe. Oder nicht? Da muss ich glaube ich da stehen. Ich muss den Reifen transportieren. Ah, Schluss. Okay. Das heißt. Das geht jetzt schon weiter. Das heißt, wir müssen dann die Schreide hin zurückziehen. So, okay. Ja, aber sowas ist klar. Der Reifen. Okay. Okay, das klappt auch schon mal so nicht. Ich hoffe wir müssen einfach ganz schnell beeilen. Jawohl. Okay. Nein. Verdammt. Jetzt. Ich 늦 могу. Ich bin nur ein steiger. Ich bin leider nichts. Da ist Polymer. Jag Esse. Ausatmen. Ich bin nur ein Stutes. Ich bin nur ein Stutes. Ich bin auch ein Stutes. Vielen Dank.